heiden hatte doch schon lichtprobleme schneiden muss viel schneiden komprimieren verdichten aussortieren es muss licht getrocknet sein und zwar von beiden seiten im hades der technischen diotis wie eine mind machine ohne erleuchtung verstärkung auch deutlich über verstärkung wo bist du licht wie wir jedenfalls die sache ist noch lang nicht gelaufen die sache ist noch nicht gelaufen das ist doch wirklich ein labyrinth die müssten ensemble labyrinth müssten die heißen kaufst du eine karte und kommst nie wieder raus kaufst du